Ich gratuliere Koblenz zum Weiterkommen. Über 90 Minuten gesehen hätten wir es verdient gehabt, weiterzukommen aufgrund der besseren Torchancen. Wir haben das Feld der Koblenzer überlassen. Das war aber auch unser Plan, haben sie damit auch neutralisiert, haben immer wieder nach vorne gute Aktionen gehabt, haben immer besser ins Spiel gefunden, leider in der zweiten Halbzeit nicht das nötige zweite Tor gemacht. Und dann wurde es für uns schwer, da wir mehrmals aufgrund von Verletzungen wechseln mussten und die Jungs, die ich jetzt reingebracht habe, keinen Vorwurf an die, zerreißen sich, geben alles. Aber da muss man bedenken, dass einige Jungs dabei sind, die sehr jung, sehr, sehr jung und noch viel lernen müssen, um in der Europa-Liga spielen zu können.